Hier liegt Wallenzent, Defiler der Gedanken. Luftdrehsigift. R-Meister. Ich glaube, das ist was für ihn, ne? 30 LP Luftdrehsig. Ich behalte mal lieber die Initiative. Ah, dann hat er auch endlich mal so'n Teil. 35, 58. Führung, LP, Gewährte Zauber, Brandopfer. Ah. Nimmt sich nicht soviel. 15 Leben weniger. Luft- und Giftresi. Ich glaube, wir tauschen das mal. Sie kriegt einfach nur das mit der Resi. Er kriegt das mit der HP. Dann können wir den Zauberstab wechseln. Haben sie beide über 400. Er kann weg. Ist, nicht richtig. Ist, nicht soh'93. Ist das einfach? Werfen wir es nicht soh'n? Er kriegt das. Entschuldigt mich. Oder in der Zeit. Da ist es nicht soh'n. Alte Kettenhaube. Oh, der Sender. So scharf. Buster Eisenrüstung. Sperr wenn man den Server trifft. Buster Arten. Habe jetzt so umal Grundteile hier. Ich weiß noch nicht ... Oh, peiner Luftstab. 36 bis 72? Okay, nee. Nicht ganz so gut. Das heben wir auf. Leder, Leder, Lederkappe. Leder, Leder, Armschienen. Kende des Wehrschafs. Wundenging verstummt. 30 RP. er lädt ja einiges an movement und wäre natürlich mal eine verbesserung für ihn er hat er plus vier hier kriegt am minus vier fast ach so ganz stärker ach kettenrüstung auch und mir bringt das nicht wirklich was sechs stärke 30 ein prozent er hat nicht was für sie wenn ich will jetzt mal ein bisschen leben ist aber immun gegen verstummt kann man das ding ölen cool das ist wenigstens bei plus müsste ich hier nur eine der heizketten geben starke charisma starke gewandtheit das macht und wie gut ihr schmeicheln einschücheln argumentieren könnt das war ein ganz schöner unterschied immun gegen verstummt ich hab's ich hab's erstmal noch auf und das hier also rolle sprechen leicht gemacht immer auf die rüstung immer auf und das auch so was kriegt er pergament nicht auch er flüsse hier bierflasche okay rest ist glaube uninteressant und level ab 9 erhöht die christliche wahrscheinlichkeit hat 4 prozent und 20 mehr bei ero geomant auf 3 glaube ich mach willenskraft bei 2 nicht wird natürlich die willenskraft gern mal hochkriegen damit ich dieses stehauf männchentalent kriege dann habe ich ein übrig dann kriege ich wieder drei was hat leider beides gerade zwei wahrscheinlichkeit einen statuseffekt erhalten um 45 prozent versteinert verzaubert glaube ich mach das glaube ich mach das wir ganz gern dahin zu diesem stehauf männchen effekt ich komme ich nicht weiter die muss erst mal weiter sparen ich würde jetzt nicht mehr hexerei bei ihr auf jeden fall weiterkriegen das sei der eigentliche zauberstab oder zählt das wie funktioniert das mit dem stadt nähe zwei händlich okay weiter magisch geschossen und starb verursacht wird ein magisches geschoss ab dass die kraft und die schadensart des stabs in der wund die bessere starb desto mehr schaden verursacht dieser zauber doch jetzt freihändig dass der punkt natürlich verschwendet leider jetzt wo ich so ein bisschen ums umbauen so 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 schon mal auf dem anderen friedhof eine katzen person herzen mensch herzen person zange zange so 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 die kirche kommt mir irgendwie bekannt vor sie erinnert mich sehr irgendwie sehr stark an diablo eine die kirche ist auch noch oder ein kreuz selber alles nichts gebracht you try to enter the church the statues that flank its heavy oak and doors address you hold your horses stranger this holy hall may be entered by those who are loyal to the goddess Und wer sind die, die der Götter treu sind? Aha. Ich möchte aber gerne rein. Es ist ein Wunsch, den wir nicht erlauben können, unless Sie prüfen, dass Sie die Götter der Götter haben. Antworten uns deshalb die folgende Frage. Wie ist sie mit den Loyalen, den Exalteten, die, die für die Götter spricht? Ich beantworte keine Fragen. Ihr erlaubt mir weiterzugehen oder die Winde werden den Staub verwehen, den ich zurücklasse. Den Staub, der ihr einmal wart. Einschüchtern. Offen gesagt finde ich es traurig und unverschämt, dass mächtige, ewige Geister, wie ihr, einem Passanten solche dämlichen Fragen stellen müssen. Schmeichen. Statuen schmeicheln. Ich, ein bescheidener Leuling unter den Getreuen, kenne ihren Titel, aber ich wage es nicht, ihn auszusprechen. Das ist meine Ehrerbietung. Das finde ich. Das ist top. Verdammt. Eine Statue. Eine Granitstatue fängt mit Stein an. Ah, eine Schere. Unlogisch. Ach ja, ne klar. Na, Sissi. What? Er ist der Profi. Er ist der Meister da drin, oder was? Stone will break your bones. Nein. Keine bones will stroken von bone. Ne, was? Stone nicht bone. Hilfe. Hilfe. Nein. Freunde. Was ist denn das? Wir waren, wir sind doch Homies. Wir haben uns doch so nett unterhalten. 600. Hier. Hier wieder. Immer so aggressiv. Ach, Mensch. Das muss doch immer nicht sein. Zwei Punkte. Die sind das. Hättest du Bock für uns zu kämpfen? Ich freh dich mal ein. Mal sehen, ob dir das gefällt. Okay, dir gefällt das. Du nimmst das hin. Ja, gib mal da nicht so an mit deinem Rumierwirbel, ey. Er macht da einen aufs Wirbler. Ja, und scheitert natürlich. Gib da an mit seinem Zauberstab, aber scheitert. Jetzt ist es wieder, ey. Bist mir hier ganz schön nah auf der Pelle, ne? Das ist... Gefällt mir irgendwie auch nicht so. Ach, du meine Fresse. Der größte Angeber hier auf dem Schlachtfeld und er verkackt beide Zauber. Oh Gott. Haha. Bleibst du stehen? Ja. Jahan, das ist dein... Das ist... Das ist dein eigener... Deine eigene Schuld. Das verdienst du. Die Schläge, die verdienst du einfach. Zauber. Was soll denn das? Warum ignorieren die mich hier alle? Wo kommen wir denn da hin? Oh Gott. Oh, ich bin raus. Niederschlagen, fehlgeschlagen. Niederschlagen, fehlgeschlagen. Wir müssen mal hier für klare Fronten sorgen. Du gehst jetzt mal ins Eis. So. Meine Freunde. Oh, Jahan, pass auf. Oh Gott, der ist wieder frei. Freunde, der ist wieder frei. Wisse dies. Kämpf für mich. Geht doch. So, mein Freund. Mach mir ein bisschen Sorgen um dich, Jahan. Kommst du hier weg? Ne, da kriegst du Schläge. Oh. oder war eine dicke lanze da der will wie hat stangen hellebarde dicke hellebarde boy immun gegen brennen das hätte ich auch wissen können theoretisch der kriegt keinen schaden von hexerei so erstmal ist der weg ziel ist unsichtbar na klar ziel ist auf jeden fall zu hundert prozent unsichtbar das sehe ich ganz genau so da bin ich voll bei dir er hat die ballern jahan versteck dich machte augen zu gelegenheitsangriff hat verfehlt oder was der freund mei der freundliche steinmann vor mir ist wieder frei schaffst du das kriegst du das hin ach du bist ja nutzlos kann denn eine statue bitte gegen gift kann denn eine gegen gift immun sein nicht gegen alles ist sie immun aber gegen gift da ist vorbei gift ist der nemesis nicht muss ich nicht wirklich und Sie sind ein Drei-Gunst! Das war's für heute. Im Grunde kann ich nichts machen mit denen, ne? Keiner macht Schaden an denen. Gegen Wasser ist sie. Obsidianwächter. Okay, die Statue hat andere Anfälligkeiten als die davor. Luft. Na, dann Luft halt. Ja. Jahan, das ist halt da, wo du stehst. Oh. Ja, Jahan. Wieder, äh, gefailt. Da ist Wasser, das sieht man doch. Da hab ich gefailt. Da ist meteorisch. Da ist er litt. Da ist er, wie? Da ist er, wie? Da ist es, wie? Da ist er, wie? Da ist er. Da ist er. sie zittert noch sie schüttelt sich noch war ja komplett unnötig das hätten wir auch anders regeln können die hätte mich einfach reinlassen können lassen können so auch gar nicht zum identifizieren steinschwert 97 bis 120 haltbarkeit eins von eins 100 prozent wahrscheinlichkeit für zwei runden den status versteinert hervorzurufen nicht reparierbar also du hast einen angriff mit dem ding ein ist das ist das wirklich ist so ein steinschwert wie kann das kaputt gehen geht nicht kaputt dieses uralte stein und schwert scheint aus einem einzigen massiven fels geschlagen worden zu sein mit welchem werkzeug es bearbeitet wurde schwer zu sagen da es schärfer und schwerer als alles ist dass ich jemals untergekommen ist einzigartig fünf angreifen mit den schaden minus vier bewegung aber das kann doch nicht reparierbar rettbarkeit eins aber das muss ja dann eigentlich insgesamt kaputt 100 prozent wahrscheinlichkeit versteinert ist ja vollkommen übertrieben wenn das nicht kaputt geht wenn du jedes jedes mal alle in steinen rein ballast ich habe ich hier gerade ein zombie lang laufen sehen bin ich der meinung und jetzt kommen wir rein hat das meine waffe stehe kommen ja und jetzt kommen wir rein hat das meine waffe stehe kommen ja wir rein Du sollst nicht vorne laufen. Oh, das wird wieder ein Fight, du. Das wird wieder einer. Siehst doch schon. Stehen doch das schon so zum Fighten bereit. Zum Fighten bereit. Ah, Source-Hunter. Hast du gekommen, um dein Blut zu unseren Grund? Wie viel einfacher wäre alles, wenn es nur so wäre. Das ist die vom Anfang, ne? Welche Grund hast du, um mir zu vertrauen, dass deine Erfolge verabschieden sind? Aber jetzt, mit Braccus Rex nahe rissen, ist es wenig mehr, was du tun kannst, um mich zu verhindern. Nicht aufhalten? Ich weiß ja nicht mal so richtig, was ihr eigentlich vorhabt. Vielleicht für das besser. Als wir zuerst auf den Plänen von Saesil haben wir euch überrascht. Das Blunder hat mich sehr viel kostet. Aber noch, nach allem, musst du nicht mehr wissen, als das. Das Ende ist gekommen. Das Ende des Sorrow. Das Ende des Schmerzes. Das Ende des Schmerzes. Die, die mich verabschieden, verabschieden, sich selbst verabschieden. Aha! Wie wollt ihr diesen Frieden erreichen, gute Frau? Und hier, ich dachte, du hättest es dir selbst gesehen. Sag mir, was ist der Imp-Historiker, wenn nicht, dass du dich verabschiedern hast? Sie kennt Sig-Segs. Der Gezeitenstrom der Leere. Treibt ihr ihn hierher? So? Ihr seid familiärer, nach allem. Ihr wisst, wie ich, dass der Vögel kommt. In Wahrheit, wenn ich sehr präzise bin, ist es schon hier. Aber ihr müsst nicht befreien. Der Vögel ist uns selbst. Wir sind bestätigt, ihn zu erheben. Mhm. Eure Pläne stellen eine Gefahr für alles Leben dar. Ihr seid ein Monstrum. Ich habe einen dunklen und gefährlichen Weg aber ich wünsche, dass die, die gegründet haben, nicht in Vögel haben. Oh, das wird die freuen, da bin ich sicher. Mein einziger Wunsch für alle von Revlon ist die solle Hush der Silenz. Ah ja. Sollte es euer Ziel sein, die Lehre über Revlon zu bringen, frage ich mich, welchen Nutzen der Quellenkönig für euch dabei hat. Brachis-Rex war der Vor-Fahrer von unserer Kauze. Der Original Immaculat. Seine Resurde bringt Revlon einen Schritt näher zur Ultimate Solution. Dissolution. Würdest du ihn nicht möchtest? Leise, ging das noch durch? Nee. Ich dachte, ich soll ihr folgen. Warum greifen mich deine Jünger an? Ach, stell dich doch nicht so an. Bisschen ungünstig hier mit der Positionierung. F-Haltung. Aber sowieso noch nicht angreifen. Krabbel, krabbel, krabbel. Eißen. Alter. weit kann sie denn laufen die spinne ist verflucht und schade da kriegt auch einer von latz geknüppelt schade 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 Die Zeit des Todes ist vorhanden. Hier, lauf da rein. Zeigling. Hmm. Die Zeit des Todes macht dein Blut unklapp. Gefangen wir Wasser an? Nee. Ja, weg. Ich rufe euch hier mal an meine Backline zu schleichen. Ah, Mist. Oh, ich rufe euch. genug Oh mein Freund. Krieg ich dich? Oh, so close. Ich brauche nicht mal eine Damage-Haltung. Muss ich da noch runterkommen? Nee, ne? Ich bleibe einfach hier oben. Kann ich irgendwas machen hier? Ach, kommen wir mal das Giftschild an. Ich bin. Ich bin. Ich bin. schlüssel zum haus des bestattungs komm ich da ran? warte mal hier du kommst doch da ran schlüssel zum hausen